Patti Dila Shaleen Hallo, ich bin Zoe und wohne in London. Gestern hatte ich Geburtstag und wurde elf Jahre alt. Meine Mutter hatte mir einen Anhänger geschenkt, weil ich Paris liebe. Lieber bringe ich meinen Anhänger nach Hause, bevor ich es verliere. Ich bin jetzt zu Hause, ich lasse jetzt meinen Anhänger hier. Hallo Mama. Hallo Schatzi. Ich geh wieder nach draußen, okay? Okay, tschüss. Tschüss. Wow, was ist das? Ich gucke jetzt mal rein. Vielleicht ist es auch spannend. Oh, Hilfe! Hilfe! Es verschlingt mich! Kann jemand mir helfen? Bitte! Bitte! Wow! Ah! 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 Ich sterbe! Ah! 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 Wo bin ich? Wo bin ich? Mama? Mama? Wo bist du? Egal, ich geh erst mal gucken. Vielleicht sehe ich noch jemanden hier. Ey, wo bin ich denn hier? Cool, ein Einhorn! Hallo, ich bin dein lieber Einhorn. Hallo! Ich mag dich nicht so sehr. Warum denn? Was hab ich getan? Hahaha! Sei lustig! Ha! Weil ich böse bin! Oh mein Gott! Ah! Ich schnapp sie mir! Ich aufarme dich jetzt! Hä? Yay! Ende! Bis zum nächsten Mal!